Schieße ein Foto vom Geist, erreiche einen durchschnittlichen Sanity-Wert von unter 25%, stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Reagiert auf, wir sind nicht sicher. Gut. Wir ahren nicht. Denne geht's wie uns. Enne hat Kettasche Lamp. Das ist aber ein schönes Haus. Welcome. Hello, es sind heute keine Karten da. Toll. Ich wollte mal Karte spielen, gell. Ich mag die. Aber erst, wenn alle tot sind, dann holst du nämlich Enner zurück. Ich hab ja Strom angeschaltet. Messie. Oh Gott, ich hab Spiegel gefunden. Äh, mehr an der Spiegel. Äh, ich hab aber, glaub ich, grad gehört, wo er ist. Ich will ihn halt benutzen. Oh, die haben einen Hund. Ich hab' einen Orb. Ja, ich muss hier irgendwo sein. Hier hin. Hier hin. Ja. So. Ich hab was Falle gehört. Also, du musst irgendwas auf den Botteleier. So fliegt er in der Mitte. Direkte Wetter am Kopf. Das Laptop ist so arg geflogen. Hab' eine Knoche. Wo? Wo? Ich hab' ein Foto. Gut. Hm, die Tür. Fotoapparat bitte. Ja. Komm mal. Einfach mal die Tür bitte fotografiere. 8,2, 7,3. Hab' ich gemacht. Es ist kein Fingerabdruck. Es ist nur Interaktion. Man hat kein Gefriertemperaturen. Ja, nur ein Orb. Und den dann bitte noch nicht inloggen. Nein. Ne. Aber wenn wir kein Gefriertemperaturen haben, können wir eine Inlogge. Ah, stimmt. Gib uns ein Zeichen. Gib den zwei Männern ein Zeichen. Boah, das sind ja alle Kicherschränk auf, ne? Nuland hat Hunger gehabt. Nein. Ich esse bei den Aufnahmen nie etwas, Conny. Du schon? Ah, 5,3. Aber... Schreibe ins Buch. Ah, das ist doch du, was kein Schränk gibt zum Besteckel-Lücke. Mhm. Buch. Buch, aber Mama. Warum macht der das jetzt nicht auf die Scheiß-Kamera? Also, Mare, Revenant oder Faye? Oh, Revenant wäre nicht so geil. Wo ist die Abdrücke? Box. Box haben wir auch. Haben wir alles, oder? Mare. Machen wir das Licht auch. Auf jeden Fall leider kein Lichtschalter. Das war's. Baby, die Oma als Baby, hä? Die Oma als Baby? Sehr komisch. Du hast durchgetappt. Da ist kein Fußabdruck. Oder so Teppich. Da hinten war einer. Nur Glitsch. Ja, der ist ja schon weg. Da hinten, der ist. Nein. Mhm. Da, der. Das Baby hat ausgesehen wie die Oma mit dem Beilchen. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Sense. So malt sie auch. Ich bring mir noch zwei Bewegungssensoren mit. Oh, der Teddy Bär hat sich gerade drinnen bewegt im Schrank. Ich auch noch. Du hast dich bewegt oder du Kopf gedreht? Kopf gedreht. Bewegt. Bääääääääääääää. Kopf umgedreht. Ja. Oh, oh. Das andere war ziemlich unlustig. zeige dich kim anderson zeige dich okay bewegungssensor müssten wir haben ja die sände die müssen wir noch in der kriege ohne vorma ich hab schon mal flucht und direkt vor mir gespawnt das hätte ich wahr schnell das übel vom flüchte das immer noch wir sind jetzt übriert ja was soll ich denn da machen wenn die direkt von mir auf da ich kenne das haben wir eigentlich knochen ja so steht das mirror made me feel weird kann sich immer noch eine opferung mit dem holen fotos mache der keller und da rennt weiter Ja, Dich bleiben... eronndar es geht nicht rennt seltsam du altisch hatte Dich Ja du warst Hier Oma Ja, aber ich habe auch eine Foto gemacht Ah, Da müssen ich schon gucken, weil ganz ehrlich ... Ja, mirqualityang schießt ein Foto um Geist Du musst die derer hinzumachen. Oh, da hab ich denn drauf gedenkt. Es war in Panik. Die wollte mich fressen. Die alt Bix. Die hat schon Miracoli ist fertig gerufen. Ja klar. Aber mein Schwächter spielt doch gar nicht mit. Sag mal. Die keine Loni. So. Was haben wir denn jetzt alles überhaupt? Wir haben Geisterbox, Geisterort, Geisterbox. Ja, Geisterbox. Hallo, dann locken wir ein. Hauptanschicken, ich schicken ab. Ajo. Wollen wir das endlich mal in Ernst haben? Ajo. Also wenn haben wir jetzt die Mare. Gott, hab ich ihn gewusst. Ja, so eine Bix. Ajo. Bye, bye Miss American, bye. Unhöflicher Geister. Ähm, es hat keine Kekse gehabt, oder? Nee. Also, Mama, nehmen wir Professionel. Ich hab keine Kekse. Oder du hast schon gegessen? Nee, bis wir nicht. dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao